Hallo Leute, ja... Was will ich in diesem Video denn sagen? Ja, Weihnachtsspezial ist fertig. Und das ist der Anfangsvideo. Also in diesem Video sage ich mal, was alles in diesem Video vorkommt. Also am Anfang, also jetzt, kommen gleich ein paar Flashgames von meiner Seite. Also bei Google habe ich mal kurz eingegeben. Kamen dann solche Spiele, habe ich gedacht, ja... lasse ich mal Super Mario Flashgames mal spielen. Gucken, wie das so ist. Hab dann welche gemacht, paar gingen nicht. Werdet ihr sowieso im Video dann hören von mir. Und einen Gastkommentator von mir. Werdet ihr dann sehen, wer das ist. Also am Anfang bin ich und danach so bei Minute 43 kommt der Gastkommentator mit. Und ja, das wird spaßig. Vielleicht, wenn ich alleine da bin, also bei den ersten 42 Minuten vielleicht ist das ja nicht so spaßig. Kann dir da hinsagen. Und ja. Das ist ein Weihnachtsspezial. MSN ist on, ja. Also Weihnachtsspezial wollte ich mal einfach mal machen. Wollte gucken, ob dieses Spielzeug gefällt. Also das sind zwei Parts. Weihnachtsspezial Nummer 1 und 2. 1, eine Stunde lang. 2, eine Stunde lang. Ich hab gedacht, ja, wenn das so... Ich dachte einfach mal, ja, könnte ich eigentlich machen. Eine Stunde, eine Stunde. Feinemessischer meinte, ja, wenn das so Videos sind, die länger sind, ist die Konzentration geringer, weil nach einiger Zeit hat man irgendwie keinen Bock mehr. Aber Weihnachten. Deswegen hab ich gedacht, Weihnachten, eine Stunde lang aufnehmen, mach ich das mal. Anstatt irgendwie jetzt dazu... Acht Parts zu machen, also zu schneiden. Acht Parts, danach die alle auf HD zu machen. Ja, die Videos sind auf HD. Hoffen wir mal, dass es auf HD ist. Und, ähm... Ja, und... Acht Parts auf HD. Da kommt so unterschiedlich dann 500 MB, 500 MB, 500 MB. Deswegen hab ich gedacht, alles in einer Stunde. 500 MB, schaff ich schon irgendwie. Oder 300, 200, sehen wir mal. Und, ja. Das lag ich dann hoch. Dann seht ihr dann alles auf HD. Nur für Weihnachten, Heiligabend. Sagt dann, wie das euch gefällt, wie die Games sind. Wenn ihr die Links wollt, schreibt mich an, schreibt mir eine PN. Oder schreibt mich beim Kanal an. Ich sag dann das euch. Kein Problem. Und, ja. Was soll ich noch sagen? Dieses Weihnachtsspezial hat mir viel Spaß gemacht. Gab's auch ein paar Games, die sind ein bisschen... Nicht für Kinder geeignet. Also, unter 18. N-n-n. Also, das ist immer noch Mario-Spiel, aber... Bis zu unter 18 werdet ihr noch sehen, warum ich das sage. Beim ersten Part. Also, bei Weihnachtsspezial Nummer 1. Und, ja. Das ist nix für Kinder. Ja, was soll ich noch sagen? Der Gastkommentator, den kennt ihr auch schon. Hat schon öfters mitgemacht. Geiles Bild. Also, wenn das Bild jetzt irgendwie unscharf vorkommt, so ist es halt... Wenn ich auf HD mache, vielleicht ist es dann besser. Vielleicht nicht. Sagen wir mal, ich hoffe, das wird besser. Das Bild, das sieht ein bisschen scheiße aus, aber... Ich finde, das passt zu meinem ersten Weihnachtsspezial. Das Ende des... Also, am Ende des Videos kommt noch ein anderes Bild von Mario. Und, ja. Sozusagen ist es ein Weihnachtsspezial Super Mario. Also, Super Mario Weihnachtsspezial. Nur Super Mario-Spiele... Es gibt auch ein paar... Also, bei einem Spiel kommen da mehrere Charaktere vor. Aber die werdet ihr schon sehen. Das kommt bei Nummer 2 raus. Und, ja. MSN hat wieder mich attackiert. Hm, ja. Puh. Was soll ich noch sagen? Ich wollte eigentlich 5 Minuten lang reden. Also, in diesen 5 Minuten kann ich jetzt mal... Also, ich hab hier nur eine Minute. Also, 2, 1, ja. In dieser 1 Minute bedanke ich mich an Devil Inside. Für die ganzen Kommentare. Final Messenger. Dass ihr mir die Videos anguckt. Obwohl ich so immer viel... Hochlade. So plötzlich, dass es so viel wird. Lucifer will ich auch noch danken. Obwohl... Er hat lang... Ja. Er will ich auch danken. Ja, ich will auch danken. Er hat mich auch schon öfters in seinen Videos erwähnt. Er bin ich auch jetzt in meinem. Wen kann ich noch erwähnen? Wen kann ich noch erwähnen? Der WinSide. Lucifer von dem Messenger. Warte, wen kann ich eigentlich noch erwähnen? Obwohl, ich kenne keine mehr. Ja, kenne keine mehr. Ah ja, noch für Devil Inside. Schaut seine Videos an. Er hat bis zu den 14 Abonnenten. Das ist echt schade. Er macht tolle Videos. Kleine Feedback von mir, Devil Inside. Ich hoffe, das gefällt dir. Also, noch 10 Sekunden. Das ist das Weihnachtsspezial. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist sehr spaßig, finde ich. Und wir sehen uns am Ende des Videos. Also, tschüss. Hallo Leute. Ja, willkommen zu meinem ersten Weihnachtsspezial. Super Mario World. Revived. Play. Ich weiß nichts von diesem Spiel. Joshi Island. Ähm. Okay. Ähm. Maus weg. Aber der ist echt langsam, muss ich zugeben. Kann er nicht rennen oder so? Ähm. Okay. Okay. Okay, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Boah, das war knapp. Schnell weg. Okay. Aber wieso ist er so langsam? Ähm. Ja. So. So. Okay. Ähm. Die versinken in den Boden. Hä? Wieso ist er gerade hochgesprungen? Die versinken in den Boden. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Das war eine geile Musik. Hä? Das war unlogisch. Achso. Okay. Hä? Okay. Zu diesem Spiel. Ich kann dazu nichts sagen. Das ist neu für mich. Das ist ein Flash Game. Okay. Die versinken alle in den Boden. Das ist ein Flash Game, von dem ich nichts weiß. Okay. Okay. So. Okay. Das war ein bisschen lang. Was? Du Dreckspast. Okay. Geschafft. Oh. Das war knapp. Hä? Wie viel Leben hab ich eigentlich? Da seh ich 27 irgendwas. Okay. So. Geschafft. Hä? Okay. Hä? Okay. Ey. Leck mich doch. Ich kann nicht mal rennen. Ich kann nichts machen. Achso. Doch. Ich kann die töten. Ähm. Ja. Wie viele gibt's denn von denen? Ach. Du leck mich. Hä? Das Spiel ist kaputt. Ey. Das Spiel ist kaputt. Aber richtig. Da kommen irgendwie unendlich viele Gegner. Okay. Geschafft. Raus mit mir. Oh. Das ist das Ziel. Ist da nichts mehr? Okay. So. Und? Das war geile Musik. Bozons Castle. Bozons Castle. Irgendwie passt nicht die Musik dazu. Ich weiß nicht wieso. Ne 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 ne. Ähm. Ja. Kommt ihr runter? Ja. Das war ein schneller Tod. Hä? Okay. So. So. Okay. Kommt ihr mal runter? Dankeschön. Und wieso ist die Musik weg? Ich will coole Musik hören. So. Bisschen Abstand halten. Boah. Ach du. Ey. Muss ich wieder von vorne machen? Ach. Die achten so auf Kleinigkeiten. Ah. Komm runter. Dreckspast. Boah. Das war knapp. Komm. Boah. Das war knapp. So. Geschafft. Wieso ist die Musik weg? Schritt. Ach. Scheiße. Musik ist weg. Ey. Du kannst mich mal langsam. Das sag ich dir. Komm. Fall runter. Fall runter. Komm. Dankeschön. Aber ey. Scheiße. Dass die Musik weg ist. War toll. Hat mich motiviert zu kämpfen. Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ähm. 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 Ja. Okay. Ja. Ich töte mich selbst. Ich bin suicid gefährdet. Ey. Kann man die eh nie. Ey. Langsam regt es mich auf. Ich kann mich nicht mehr größer machen. Und trotzdem bringt es mich jetzt hier um oder was? Ey Mann. Komm. Ey. Wenn ich jetzt sterbe, dann ticke ich aus. Okay. Bleib oben. Ach du heilige Scheiße. Okay. Einmal. Wie zum Teufel soll ich da hinten kommen? Ähm. Minus eins. Ah okay. Okay. Das schafft man. Das schafft man. Ah. Das richtige Timing passt. Noch nicht. Okay. Keine Musik mehr. Und ich muss mich trotzdem mit diesen. Okay. Oh Mann. Ey. Langsam regt es mich hier. Auf. Ah. Das erste Weihnachtsspezial. Und ich bin schon tot. Ja. Wie ich es gerade gesagt habe. Wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Ey. Wieso? Okay. Komm. Das schaffe ich doch. Das schaffe ich nie. Ey. Das ist langsam. Komisch. Warte. Wie weit kann ich eigentlich springen? Das weiß ich gar nicht. Warte mal. Doppelsprünge. Oh Mann. Ey Mann. Warte. Kann ich eigentlich da hinten? Ah. So. Geschafft. Verdammt nochmal. Ja. Mit da jetzt glaube ich, dass er nochmal besiegt wurde, ist es Pilz-Königreich wieder besiegt. Äh. Nicht wieder besiegt. Die End. Super Mario Revived. Ja. Credits. Zu diesem Spiel. Zu viele Tode. Äh. Okay. 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 Kommt noch was? Hallo. Hä? Spring ich da extra noch rum? Okay. Okay. Das war es zum ersten Meines Weihnachtsspielzahl. Tschüss. Hallo Leute. Willkommen zu meinem nächsten Weihnachtsspielzahl Teil 2. Super Mario Rampage. Play. Burst. Viertens. Okay. Okay. Ah. Maus. Spiel mit mir. How to play. Use. Ähm. Ja. Okay. Hier habe ich eine Waffe. Ach du heilige Scheiße. Ähm. Okay. Scheiß Maus. Bewegt sie von alleine. Ja. Massaker. Drei. Du hast drei. äh. Gegner massakiert. Du kriegst aber 100 Punkte. Ähm. Play. Ja. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie immer echt den Entwickler sehen, der sich dabei was gedacht hat. So. Ach du heilige Scheiße. Ich kill ja alle hier. Schwierige Musik dahinter. Da im Hintergrund. Ach scheiße. Okay. Nochmal. Ähm. Ja. 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 Okay. Das ist ein Flash Game. Was soll man erwarten? Das ist ein bisschen Hardcore zu meinen jungen Fans. Wenn die irgendwie jetzt Mario und andere. Wenn Mario jetzt irgendwie mit einer Waffe hier rumläuft. Okay. Bisschen übertrieben. So. So. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Es ist brutal. Hä? Wie soll ich das nicht getroffen? Nochmal. Ja. Ich weiß. Ich habe 19 Leute massakriert. Ich bin gefährlich. Und so. So. Ne 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 Hä, wieso kann man den nicht töten? Warte, kann ich eigentlich springen? Das muss ich mal ausprobieren. Play. Ja, hier. Okay, ich kann nicht springen. So. Ich halte manchmal ein bisschen Abstand. So. So. Okay. Warum abends stirbt. Ach du heilige Scheiße. Ich bin so ein Amokläufer. Meine Zuschauer, nicht dabei denken, dass ich das hier freiwillig spiele. Ich spiele das nur für euch. Okay, das ist auch ein bisschen beknackt, dass ich das für Weihnachten spiele. Aber was soll man sagen? Okay. Wie viele soll ich denn hier massakrieren, verdammt? Hat das eigentlich einen Sinn? Ich weiß es nicht. Ich spiele mal so lange, bis ich irgendwie keine Lust mehr habe. Und dann sehen wir mal. Okay. So. Nee, 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 nee. Okay, tot. Ja, ist klar. Es ist schillige Musik im Hintergrund, wenn ich gerade so Monster kille. Wie viele soll ich denn töten? Warum liegt hier Geld rum? Was soll es mir bringen? Ich kann mir sowieso nichts dabei kaufen. Hm, okay. Ich habe zu viele Dinos, zu viele Bom-Oms. Arme Wärmer. Ach, scheiße. Stirb. So. Ach. So. Mann, ich kann dazu echt nichts sagen. Ach, wieder Musik weg, oder was? Immer ist die Musik weg. Wieso? Wieso ist immer Musik weg? Ähm, ja, okay. Was soll ich dazu sagen? Ich tötte gerne Monster, wie ihr gerade seht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das machen soll. Äh, ja. Ich habe da eine Idee, wie ich das hochladen werde. Also, ich habe insgesamt 16 Flash-Gems gerade bereit. Okay. Ich glaube... Ja, ich habe 87 Gegner massakriert. Okay. Das war das Ende dieses kurzen Let's Plays. Und die Idee werdet ihr im nächsten Part, also Teil 3, sehen. Tschüss. Hallo Leute, willkommen zum dritten Teil des Weihnachts-Spezials. Super Mario Time Attack Remakes. Und es fängt mal an. Ähm, irgendein Lakitu hat die Prozessin geschnappt. Und du musst jetzt wieder zurückwählen. Du kannst die Lächte... Ja, 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 ja. Okay. Ähm. Okay, hier geht's nur um Zeit. Man muss... Okay. Man muss schnell sein und die Prozessin schnell retten. Okay. Es gibt 40 Levels. Ne, 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 ne. Das wird... Ah, das wird ein bisschen... Okay. Es wird ein bisschen länger dauern, als der erste und der zweite Teil darf. Wo beim zweiten... Das sowieso übertrieben war. Also, bei diesem Spiel hier... Das wird ein bisschen länger dauern. Ach, scheiße. Ja, ich hab's verstanden. Ach, scheiße. Okay, ich hab nur noch so paar Versuche. Okay, geschafft. Okay, geschafft. Die Musik ist einfach geil. Ey, leck mich. Ich hab doch noch... Okay, geschafft. Was kann man so großartig dazu sagen? Ein tolles Spiel. Okay. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Schaffe ich das eigentlich in fünf Minuten? Ich glaube, das wäre etwas übertrieben, wenn ich das in fünf Minuten schaffen würde. Okay, geschafft. Okay, kommt da noch was? Okay. Okay. Langsam geht wir nicht mehr an diesem Rhythmus hier. Diese Mann will sie dann... Will er sie dann noch retten? Minigame. Okay. Ich soll den ausweichen? Ähm, ja. Das ist ein Kinderspiel. Aber ich hoffe nicht, dass wenn ich jetzt irgendwie alle Leben verliere, alles normal machen muss. Oh, was war das denn? Okay. Ey, leck mich da. Oh, das war knapp. Bestimmt hätte es mich getötet, wenn ich das einmal so kurz berührt hätte. Aber was ich erzählen wollte, ich werde es mal ein... Ich glaube, dieses Video wird... Ach, mhm. Was? Da war doch nichts. Also, die Zeit war abgelaufen. Okay. Also, was ich vorhabe... Ich werde jetzt mal ein sehr langes Video machen dazu. Also, ich werde alles zusammenschneiden. Und dann alles dann... Ähm... Ach. Ey, Mann. Okay. Wartet mal. Okay, jetzt geht es weiter. Also, ich werde ein sehr langes Video dazu machen. Dass es vielleicht eine Stunde dauern wird. Und das werde ich dann alles hochladen. Ich glaube, das wird sehr viel MB verbrauchen. Aber egal. Das ist alles für euch. Oder soll ich das nicht machen? Verdammt. Das würde einfach zu lange dauern, oder? Okay. Okay. Ach, ich höre hier jetzt schon auf. Das wird sowieso zu lange dauern. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Also, ich wollte es nur kurz zeigen. Das ist ein sehr leichtes Spiel, finde ich. Aber... Ich zeige das nächste Projekt. Tschüss. Hallo, Leute. Willkommen zu Super Mario Sanchez 64. Denke ich jetzt mal. Und... Start. Ähm... Ja, okay. Level 1. Was für ein Level ist das denn? Was soll ich zu diesem Spiel sagen denn? Was ist das Ziel dieses Spieles? Das weiß ich gar nicht. So, okay. Jetzt ist es vielleicht ganz da oben zu kommen. Sehen wir mal. So. Okay, knapp, knapp. Oh, scheiße. Okay. Wie viel Leben habe ich? Kaum weiter nach oben. Look at the star... Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Level 2. Hä? Das kann doch nicht alles sein, oder? Anscheinend schon. Äh. Hä? Warte, er sagt, ich soll nach... Ich soll da hingehen. Aber was ist da? Ach so. Oh, das war knapp. Okay. Okay. Ich hoffe, der Sound ist... ...nicht zu leise. Wenn doch. Tut mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann auch nichts alles. Und wie soll ich denn sammeln? Verdammt. Okay. Okay. Ähm, ja. Okay. Okay. Ähm. Ich habe kein Wasser... Ach so, ich habe kein Wasser mehr. Das war ein geiler Schrei. Aber wie soll ich jetzt Wasser bekommen? Ach so, da ist Wasser. Oh. Ey, leck mich doch. Ja, stirb. Verdammter Spast. Da kann ich mal richtig springen. Guck. Unfähiger Fettkopf. Komm. Ja, das ist auch 100. So. Okay. Ja, vier Stück schon. Aber was soll ich genau machen? Hä, was soll ich genau machen? Von welcher Richtung komme ich eigentlich? Ach. Komm. Ich spiele so lange, bis ich tot bin. Und dann sehen wir mal weiter. Okay. Okay. Hallo, ist da was? Geht tot. Aber hier beende ich schon diesen Part. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Hallo, Leute. Willkommen zu Super Mario Sancher 64. Der andere Teil. Start. New. Ähm, okay. Ey, Mario. Und was ist das da oben? Nachdem Mario zurückgekommen ist von seinen Ferien, von Islo Davino, irgendwas. Was erlebt er denn mit seinen komischen... Oh, das war Kamek. Zeit, die großhaften Idee meines Meisters zu erfüllen. Okay. Was macht er denn jetzt? Oder ist das... Muhohohohohohohoho. Okay. Was? Was für ein Teufel. Geh weg! Kann ich was machen? Ah, das macht er alleine. Äh. Mario, du bleibst hier draußen. Kamek, los geht's. Oh, boah. Welke bummst hier. Mario, helfe! Die wurde gekicknappt. Oder Pitchnappt. Komm nie wieder zurück. Oder so. Mario, Mario! Benutzt den Pfeilbogen. Okay. Achso, ein kleines Tutorial. Okay, es beginnt. Unsere Reise als... Kleiner... Und wo kam der scheiß Vogel? So. Okay. Gruselige Musik im Hintergrund. So. Okay. Gruselige Musik im Hintergrund. schafft, oder? Ich hab dir gesagt, du sollst draußen bleiben. Jetzt fühle meine Macht. Und das passiert jetzt, wo ich gerade auch sah, dass ich keine Magie mehr habe. Warum ist da ein Schatten? Äh. Äh. Hä? Okay. Äh. Was? Okay. Ah. Die sind alle im Schloss versteckt. Das nächste Mal, Mario. Okay. Ich muss jetzt ins Schloss rein, oder was? Was? Okay. Warum gehen die denn rein? Die machen sowieso nichts. Ich muss bestimmt... Okay. Oh. Hä? Okay. Wie viele Welten gibt es denn hier? Muss ich draufklicken? Hä? Komm da runter hier. Okay. Muss ich zu der hier? Achso, doch. Ich muss zu der hier. Bom, bom. Ja. Geht's weiter? So. Okay. Ich muss hier was finden. Okay. Okay. Ähm. Hallo, die Scheiße. Ja. Okay. Komm. Was genau soll ich hier finden denn? Das weiß ich ja nicht. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Das Spiel ist bisschen... ...verbuckt. Okay, wir haben das, was wir holen sollten. Rein mit uns. Ähm. Ja. So. Leckt mich. Das nächste. Ähm. Was genau soll ich hier machen? Das weiß ich ja nicht. Sie sagen mir gar nichts hier in diesem Spiel. Wie geht's dir, Mario? Besiege mich. Was? 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 Ah, so. Okay. Aua. Okay, du hast gewonnen. Hier ist der Stern. Äh. Das ging ja schnell. Meins. Yeah. Das haben wir jetzt auch geholt, diesen Stern. Wir haben schon... Wir haben schon drei. Ähm. Das hier weg. Rauf damit. Und rein. Und welchen holen wir jetzt? Den hier? Äh. Okay. Komm. Hol ich den dritten denn? Okay, da kann ich nichts machen. Kann ich das nicht... Ah, fick dich. Okay. Kann ich da vielleicht da unten hin? Ja, ich kann da unten hin. Vielleicht ist er da. Äh. Äh. Okay. Hä? Was soll ich jetzt machen? Bleib... Bleib... Oben! Ah, das Spiel ist verbuggt. Das klappt nicht mehr. Ah, komm. Hör auf zu kacken hier. Ja, ich hab dich besiegt. Den hab ich schon. Okay, Musik ist weg. Okay, Musik ist weg. Heißt das vielleicht, dass ich das habe? Okay, komm. Komm. Hoch mit dir. Hier muss doch einer sein. Das wäre irgendwie unmöglich, dass hier keiner ist. Okay. Ich hab doch aber alle. Ah, okay. Hier muss dann einer sein. Gefahr. Hä, da sind doch... Okay, Leute. Das Spiel ist zu verbuggt für mich, deswegen mache ich hier schon Schluss. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Weihnachtsspezial Nummer 5. Also... Ja, okay. Tschüss. Hallo, willkommen zum vierten Teil von Weihnachtsspezial Nummer 4. Okay, passt mein Name da rein. Also, der ist meines Bruders. Passt rein. VG-MP. Kleine Schleichwerbung, wie immer. Okay, wozu brauch ich die hier? Play Game Introduction. Ähm, okay. Play Game. Okay, das ist die Flash Game Version, oder was? Okay, Game Start. Hä? Ich dachte... Mit S... Ich dachte mit ein... Hä? Option. Ähm... Ähm... Ich kann nicht springen. Ähm... Ja. Ja, hab ich auch schon verstanden. Ja, okay. Äh, okay. Okay, ich muss jetzt springen. Mit A. Mit A springt man, okay. Okay, mit A springt man. Ähm, ja, okay. Kein Kommentar, was da gerade passiert ist. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spült dann, macht das ein bisschen zurück. Aber wie lang geht das hier? Aber wieso kann ich das hier nicht wegmachen? Das nervt etwas. Geil, das bleibt eben oben in der Ecke. Ne, 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 ne. Okay, ich muss... Hä? Das ist doch dämlich. Wie zum Teufel soll ich da rankommen? Ich versteh's nicht. Achso, okay. Das hat immer ein Mechanismus. Ach, Fehler gemacht. Noch ein Fehler, verdammt. Was soll ich zu diesem Spiel hier sagen? Ah! Mann. So. Okay. Ey. Das ist doch dämlich. So. Och, Mann. Okay, geschafft. Das hab ich jetzt gut gemacht. Die nächste Welt. Okay, Game Start. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So, 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 ach, komm, komm, komm. Ich hoffe, euch gefällt dieses Weihnachtsspezial. Äh, was macht das eigentlich? Äh, was macht das eigentlich? Keine Ahnung. Ey, ist das so leicht, dieses Spiel? Okay. Nächste Welt. Was kommt jetzt denn? Hey. Hey, ich brauche. Okay, das ist sehr ver... Okay. Das ist merkwürdig. Ich schwebe irgendwie in der Luft. Das Spiel ist unlogisch. Kann irgendwie dazu nichts sagen, weil... Ich kann irgendwie da nicht durch. Hä? Scheiße. Ich kann da irgendwie nicht durch. Scheiße. Ich hätte es gern weitergemacht. Achso, okay. Wieso? Okay. Geschafft. Okay. Komm. 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 Hä? Hä? Was ist los denn da? Hä? Achso, hier muss ich rein. Okay. Game starts. Was kommt jetzt? Hä? Muss ich jetzt nur einfach berühren? Ja, okay. Oh, Squaring Level. Oh. Okay, komm. Das ist doch leicht. Mein HP hat 200. Ah, okay. Hier geht es nicht um Lebenspilze. Hier geht es um... Überlebenskampf. Squaring Level. Wenn das so ist, dann muss das auch ein bisschen spannender werden. Das ist irgendwie langweilig. Hä? Das ist so verpackt, dieses Spiel. Nach diesem Weihnachtsspezial kommen keine Flashgames mehr. Vielleicht später. Sehen wir mal. Und diese eine Stunde Video. Keine Ahnung, ob ich das wirklich mache. Vielleicht auch lade ich auch einzelne Parts hoch. Sehen wir einfach mal. Okay, geschafft. Das war irgendwie... Aber was soll man sagen? Okay, was kommt jetzt? End of Demo. Okay. Wartet. Okay. Ich glaube, das ist das Ende. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Hallo Leute. Willkommen zu Weihnachtsspezial Nummer 2. Oder so. Denke ich jetzt mal. Weil ich mache die Videos nur noch zu einem Video. Vielleicht ist es ja ein bisschen falsch dann. Aber heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen Gastkommentator. Stell dich mal vor, bitte. Okay. Okay, er hat seine Stimme verloren. Wegen dem Schneesturm da draußen. Lügt doch nicht. Oh, 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 er hat was gesagt. Oh, oh, er hat was gesagt. Aber... Mach die Lippos. Mach euch das nicht. Okay, er mag es lieber in Dunkel zu spielen. Okay, wird... Leder Maus. Okay, 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 Leder Maus. Du sprengst alles, ich schwöre auf alles. Also wir sind zu New Super Mario World, also das erste Spiel. Ich und Musti, wenn das mal gegenseitig spielen, ja. Was für Credits? Ich will die vollständig sehen. Was für Credits, Mann? Ich will die ansehen. Die Credits sind sowieso scheiße. Kleiner Joke, ne? Ja, kleiner Joke muss sein, ja. Okay, zu diesem Spiel. Ich weiß nichts, außer das ist ein bisschen beschissen. Die Steuerung. Ich muss mir die Steuer kurz hier machen. Wenn ich verliere, muss die für mich weitermachen. Er ist so ein Pro-Gamer, wie er sagt. Ich weiß es nicht, ich kann es nie bezeugen. Das sagen die anderen. Nein, 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 nein. Ich will nur, was sie sagen. Ist klar, ist klar, ist klar, du benutze ich, ich. Und ein paar andere Wörter. Äh, okay. Ja, die steht, das steht alles auf Englisch. Oder übersetzt mal los. Äh, ich springe durch verschiedene, nein. Nein, 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 sofort, sofort, doch. Durch wechselnde, äh, Blöcke. Switches, weiß was es ist? Ja, wechselnde Knöpfe. Ehrlich jetzt? In diesem Zusammenhang sind es Knöpfe. Ach, in den Zusammenhang. Ja, du musst den Zusammenhang verstehen. Warte, warte, warte. Don't always tell us what you can see. Coin, you will sometimes show you here. Ja, das ist unverstanden. Okay, okay, übersetzlos. Äh, vertrau nicht immer, was du siehst. Ja. Äh, die Münzen, werden die nach einer Zeit helfen, die verstecken, ja. Okay, ich muss auf die Münze raus springen, ja, das muss ich. Ja, okay, leck mich, muss ich, was zusammenhangend spielt. Ja, ich weiß, jetzt kann man muss sie. Ja, okay, muss jetzt Spaß, man sieht es. Aber so wie sie gleich fehlen. Ja, ich mach nichts, das ist einfach deine Sache. Ja, warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. Ja, das ist noch nicht, irgendwie, savings, boot, wie, verkrie 어� 않았 es sich. Nein, es war nicht so laut. Na, call me, wie weit das kommt, zاء Chicano. Ja, das war schon richtig, das war schon richtig, dass er schon mit dir jetzt... ...hat ich auch gedacht, 올 f Cliff S даже. weiter okay okay kommen hatte du Fehler okay danke dass ein Gedanke fiktig und er ist es nicht ich habe schon bei letzten Video und so alles gesagt was willst du das ist nicht gut bei YouTube die Möben so was wenn das sage ein zwei Reden und YouTube und das ist nicht gesehen deswegen ist aber auch die Allgemeinheit bezogen es ist wichtig ja okay er kommt das Land wird zum Namen es ist ein Schauspiel es ist das leck mich ja er will ich will als Maul das meines Gelds das sind einfach meines Gelds ähm ja hä? ja vielleicht geh mal nehmen das war dämlich ah die glaube das war jetzt ein Fehler oder? kann ich doch eigentlich hoch ja ok 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 nein geh durch die ja ok so vielleicht gab's ja in welche Falle ich verweiß das mit ähm wir sind in anderen Spielen jetzt ist es mal so war das Spiel ähm Ibi Cyberfone so das ist immer so vor allem über niemals mal zwar sowieso böse das Spiel warte war das richtig nein ähm Ador Heiko ok Schritt für Schritt ja muss ich hab's auch schon verstanden ich hab ne Idee wenn ne 100 Münzen ist dann bin ich dran äh ich mein ich mein 85 äh ich mein 95 ja ne nein nein erst wenn ich gestorben bin dann sehen wir weiter so 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 ok nochmal die zu die Szene sollst du lieber wegschneiden niemals warum ist langweilig nein wenn ich rede ist niemals langweilig oder? schreib zu den Comments bestimmt steht er jetzt ja du bist langweilig okay ich fragte es nicht mehr zu sparen nein man Trotz gelacht ähm so als effekt er ist klar aber er geht nicht mal rein ähm ok nein einfach rauskring rauskring ach so ok 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 wenn man das weiß ist eigentlich ein leichtes Spiel aber jetzt nur geh nach links geh nach links geh nach links 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 was ist da links ja ist klar das Spiel ist ein Ding das Spiel ist nicht so simpel muss die ok du musst du brauchst aber egal egal wie soll ich darauf ich weiß nicht die haben also das ist ja es ist ok ah ok verstehe verstehe ja ich kann nicht mal verlieren ich muss nur runterfallen wir nicht ja ist klar hat die Gegner kann man auch töten das ist auch klar hatte ach so ist es ist bestanden da hinten aber was hat der Entwickler dabei nur gedacht Mann und Mann bestimmt nichts bestimmt so dass du das Spiel aus wenn ich einmal sterbe und jetzt alles von vorne machen muss kann ich mal das Spiel dann mache ich das nicht muss nicht aber immerhin nein nein ich glaube was denn die Mutter springt guck mal Mann ja okay doch 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 nicht ich glaube da kommen später so genau die abkürzung genau die abkürzung ok immer 2 jetzt kann man nicht verlieren ich will nicht das verlieren ich kann uns alles wieder zuzusehen was ich kann uns alles wieder zuzusehen ich glaube das ist auch gleich vorbei das Spiel oder wenn ich jetzt einmal sterbe ähm ja Hände du hast es durchgespielt ok ich hab's durchgespielt muss schon so fettig halt small ok das erste Teil äh der erste Teil ist fertig muss die sag mal was noch dazu ähm ich geb das Spiel 2 von 10 2 von 10 sagt er ok ich sage nur 0 von 10 aber egal wir werden bei Super Mario World 2 sehen tschüss ok Leute willkommen zu Super Mario World 2 und heute ist wieder noch ein Gastkommentator musste ok nicht bei letzten Part News bei Mario World da war er auch schon da hi 2 lach nicht herum ok jetzt fängt er mal an die hier zu spielen los fangen an los Steuerkreuz komm ja das ist klar was ist das denn was was war das aber recht denn Pipes das sind diese Röhre ah was werden sie eigentlich in der Schule ah ey kein Englisch ja ist klar nein hallo Wirtschaftsschule ne musst du auch da ja hier musst du Englisch haben ja Wirtschaft ja warte bei einer hey bei einer Roto kam es auch das Wort Pipes mal vor oder irgendwas anderes ähm mein Bein mein Bein Arme sind wir aus dem Nächsten ja du hast es berühren dann kriegst du irgendwas ah sammeln sammeln das so so wie die Zeit dafür ok das war eine Zeit ja da war aber diesen Obter Dinger nicht aufgarten ok du musst aber durch ich bin mal zwei Stück hintereinander es geht guter ist für mich da hat er auch hier und Sorge Ansage wir sind die Sprache okay er macht dann werden wir haben soll sie einsame Christine was nein 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 ja gut so dass er noch ein bisschen okay nein diese ist ein Pläscher ist sowieso behindert der will wachsen nein Herr Christine was anderes das stimmt also ja ich erster Schatten wie sie übersetzen wieso in dieser Übersetzung ist nicht für die Lieblingszuschauer denn ja übersetzen nee das musst du machen oh halt seit der Zeit da steht was ist was jetzt in diesem Sommer ja Knöpfe rote der rote Knopf wenn zum Plattform macht einige Plattformen für eine Kurzzeit sich macht richtig jetzt gut übersetzt hier wo also ein bisschen geraten oh nein das ist sicherlich gerade nur ehrlich der Rest nicht das war eigentlich schon klar als er wirklich klinkt warte wie lange bleibt das denn das war immer so es geht jetzt weg was ist denn diese graue Brühe oh nein ich will ja nicht hin 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 du musst da rein hin und rein mit dir okay geile Musik geile Musik ich muss sagen geile Musik dort stärke 52 da kann es nicht mehr kommt seit dem Problem agiert in skills hier schnell 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 wo wo was hat es gebracht das sind das sind das sind das sind ja was denn sagt man aber so warte da wieso zu hoch kommen hast du so okay warte noch erst diesen da ja leck mich man Heizmoor geht nicht an das war sowieso zu das war sowieso Glück das weißt du nein ich muss das auch das ist ich bin ich bin ich bin das passiert weil die alle Kampel gedrückt ist muss sie was auch zu der Musik um ich glaube ich muss ich mal gehört man 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 okay ist es im Himmel ich will ihnen verspielen eh eh okay okay der zweite Teil ist es auch für die muss ja seines gilt gezeigt Applaus 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 okay und die 1 von 10 sagt er ich sage um zu klatschen 1 mal wer ist Franzi 1 2 1 leck mich 1 und 10 hast du gesagt oder ja ich bin aber da war muss sie zu 1 von 10 weil das ist nur von 10 okay Ansage danke wir sehen uns beim nächsten mal tschüss musti whatever okay Obama tschüss